Wir haben ja auch diese ganzen großen Herausforderungen im Wasserbereich. Es gibt genügend Wasser weltweit. Es ist nur ungleich verteilt und es ist nicht in der gleichen Qualität verfügbar. Aber wir vertrauen in erster Linie auf großtechnische Lösungen, wir bauen Stauseen, wir bauen riesige Wasserumleitungsanlagen, wir bauen Entsalzungsanlagen, wir vertrauen auf technische Lösungen. Aber diese technischen Lösungen sind keine nachhaltigen Lösungen und großtechnische Lösungen schränken im Prinzip auch alternative Optionen ein. Nehmen wir Climate Engineering. Wir werden als Menschheit kaum plus sechs Grad überleben können. Das heißt, wir werden zu einem Punkt kommen, wo wir fast keine Alternative haben zu großtechnischen Lösungen. Aber großtechnische Lösungen schaffen andere große Probleme. Wir müssen in die Prävention investieren und nicht in die Heilung. Großtechnische Lösungen sind im Wesentlichen ein Versuch, etwas zu korrigieren und womöglich zu spät auch zu korrigieren. Vielen Dank. Ich bringe это zurück.